Der Robin Friedrich Hebbel Es war an einem schönen, hellen Nachmittag, da stand Assad, der vor wenigen Tagen zum ersten Male die unermessliche Stadt Bagdad betreten hatte, vor der Bude des reichsten und angesehensten Juweliers. Mit inniger Lust versenkte er sich in das mannigfaltige, glühende Leben, das in Strahlen und Farben die edlen Gesteine durchflammte. O Edelstein, rief er voll entzücken aus, mit Recht bist du erkoren, die Kronen der Könige zu schmücken. Der flüchtige Sonnenstrahl ist gefangen genommen und in deinen geheimnisvollen Kern eingeschlossen. Die reinen himmlischen Elemente Luft, Feuer und Wasser vermählen sich in deinem Glanze. Der Juwelier, ein gutmütiger Mann, stand gerade in der Tür und empfand großes Vergnügen über die begeisterten Worte aus dem Munde des Jünglings. Er trat lächelnd zu ihm heran, öffnete den Kasten, ergriff seine Hand und steckte ihm einen schweren Ring an den Finger. Asad bemerkte es kaum. Seinen Blick fesselte mit magischer Gewalt ein Rubin von seltener Größe, auf den die Sonne, die eben aus einer verschleiernden Wolke hervortrat, ihren vollen Schein warf. Er drückte unwillkürlich seine Hand gegen das Herz, dann streifte er den ihm angesteckten Ring mit dem Ausdruck sonderbaren Widerwillens wieder ab und rief, auf den Rubin zeigend, leidenschaftlich aus. Behaltet das elende Ding und gebt mir den. Kopfschüttelnd erwiderte der Juwelier, der Stein ist mir um hunderte nicht feil. Ich muss ihn aber haben, versetzte der Jüngling wie im Wahnsinn, ergriff den Rubin und stürzte flammenden Auges fort. Der Juwelier erhob ein großes Geschrei, rannte Asad nach und schallt ihn einen Dieb, ja, da dies nicht zu helfen schien, einen Räuber und Mörder. Alsbald entstand ein Auflauf auf der Straße, der Jüngling wurde ergriffen und mit Ungestüm vor den Kadhi geschleppt. Der Kadhi, ein langer, hagerer Mensch, war einmal selbst bestohlen worden und sprach seitdem gegen Diebe nur noch Todesurteile aus. Er fragte Asad freundlich, ob er das ihm angeschuldigte Vergehen leugne. Wie könnte ich, gab der Jüngling finster zur Antwort. Es wäre auch gleichgültig, versetzte der Kadhi mit einem dem Teufel abgeborgten Lächeln. Man führe ihn vor die Stadt hinaus und tue was rechtens. Ergriff nach der Pfeife, die ein Sklave ihm darbot. Asad wurde abgeführt. Auf der Straße wandte er sich an den Juwelier, der in seiner Entrüstung noch gar nicht daran gedacht hatte, sich den Rubin zurückgeben zu lassen, und sagte zu ihm, Herr, ich bitte euch um einen letzten Gefallen. Lasst mir den Stein bis zum Tode. Begleitet mich hinaus bis vor das Tor, dass ich ihn dort noch einmal anschaue und in eure Hände überliefere. Nicht wahr? Ihr werdet es mir nicht abschlagen. Es ist ja nur noch kurze Zeit. In dem Juwelier erwachte Mitleid. Ihn dauerte der schöne gefasste Jüngling. Vielleicht hätte er nun den Rubin gern daran gesetzt, um ihn zu retten. Doch das war bei der Gemütsart des Kadhi unmöglich. Er musste sich also darauf beschränken, dem Scheidenden freundlich seine letzte Bitte zu bewilligen. Angelangt vor dem Tore zog Assad den Rubin, den er bis dahin auf seinem Herzen bewahrt hatte, hervor, hielt ihn gegen die Sonne, in deren Strahlen er blinkte wie das Auge eines Menschen, drückte ihn wehmütig an den Mund und machte Anstalt, ihn dem Juwelier zurückzugeben. Bevor er aber dies auszuführen vermochte, trat ein Greis von sehr würdigem Ansehen, dem alles Volk willig Platz machte, auf ihn zu, maß ihn mit einem strengen Blick und sagte »Assad, du bist ein Dieb«, glühendes Rot überströmte die Wangen des Jünglings, aber fest schaute er zu dem Greise auf und antwortete »Ja, und wie du gleich sehen wirst, ich leide den Tod dafür.« »Ist dir dein Diebstahl nicht leid?«, fragte der Greis. »Nein«, versetzte Assad schnell und bestimmt, »ich weiß nicht, was mich an diesen Stein kettet, aber es mag gut sein, dass ich sterben muss, denn ich fühl's, ehe ich ihn in den Händen eines anderen ließe, könnte ich mich mit Raub und Mord beflecken, obgleich meine Seele vor einem Mord zurückschaudert wie vor dem eigenen Tode.« »Ei, wunderbar«, entgegnete der Greis. »Gib mir doch deine Hand«, Assad reichte ihm die Hand. Plötzlich befand er sich auf einer unbekannten Landstraße. Der Greis stand neben ihm. Mehr verwundert als erfreut, schaute der Jüngling seinen Retter mit einem fragenden Blick an. »Du bist jetzt über hundert Stunden von Bagdad entfernt«, begann der Greis, der seinen Blick wohl verstanden hatte. »Der Rubin, den du in der Hand hältst, ist das Grab einer wunderschönen, verzauberten Prinzessin. Aus ihrem Blut hat er das dunkle, wunderbare Rot in sich gesogen, in das er getaucht ist. Das Feuer ihres Auges sprüht dir entgegen aus den blitzenden Strahlen, die er so verschwenderisch versendet. »Als du den Stein im Sonnenschein glänzen sahst, wurde deine Seele bis in die innersten Tiefen mit süßer Ahnung getränkt, und deine Hand musste vollbringen, was Herz und Sinne geboten. »Kann die Prinzessin durch mich erlöst werden?«, fragte Assad tief aufatmend. »Das weiß nur sie selbst«, versetzte der Greis. »Du kannst, wenn du willst, sie einmal sehen und mit ihr reden. Sobald du um Mitternacht auf den Rubin drei Küsse drückst, so weicht der Zauber auf einen Augenblick und sie tritt aus ihrem steinernen Gefängnis hervor. Und nun leb wohl. Kein Sterblicher sieht mich zum zweiten Mal.« Der Greis war verschwunden, so wie er ausgeredet hatte. Assad bemerkte es kaum, denn jede seiner Empfindungen, jede seiner Gedanken war an das Wunder, das er in seiner Hand hielt, gebunden. Wie freute er sich, dass die Sonne sich schon zum Untergang neigte, dass die Schatten sich verlängerten. Wie sehnte er sich nach der Mitternacht, die er sonst als unheimliche Freistunde der Toten und Gespenster gescheut hatte. Unterdessen eilte er, da es schon dunkel wurde, rastlos fort, um noch vor Einbruch der Finsternis die Stadt, die er in gar nicht weiter Ferne vor sich liegen sah, zu erreichen. Dies gelang ihm, auch war das Glück ihm günstig, dass er bald bei einer alten Frau ein Unterkommen für die Nacht fand. Er zog sich sogleich, große Müdigkeit vorschützend, in das ihm bestimmte Schlafgemacht zurück, legte den Rubin vor sich auf den Tisch und zählte nun bei brennender Lampe und verhängten Fenstern die Minuten, die langsam, langsam vorüberkrochen. Endlich war es zwölf. Mit unsäglicher Inbrunst drückte er jetzt den Rubin an seinen Mund und küsste ihn dreimal. Da war es, als ob der Edelstein in seiner Hand zu einer morgenroten Wolke anschwoll, die das ganze Zimmer erfüllte. Aus der Wolke schimmerte eine weibliche Gestalt hervor, anfangs blass und im schwachen Umriss kaum erkennbar, aber schnell aufblühend zu frischem, glühenden Dasein. Die holde Jungfrau, in ein blaues Gewand gekleidet, das Haupt in kindlicher Anmut ein wenig vorwärtsneigend, warf einen schüchternen Blick auf ihre Umgebung und rief, »Wo bin ich?« Gleich darauf aber heftete sie ihr Auge starr und tränenlos auf Assad und holte einen Seufzer, in dem mehr als menschlicher Schmerz sich kundzutun schien, aus tiefster Brust. Dieser Seufzer schnitt Assad in Mark und Bein. Fest die Hand an seinen Dolch legend, trat er vor, verneigte sich und sprach, »Edle Fürstin, wenn eurer Erlösung die schwachen Kräfte eines Menschen nicht übersteigt, so vergönnt mir, dass ich euch mein Blut und Leben weihen darf.« »Wie gern tue ich das,« gab sie hastig zur Antwort, »aber ihr werdet, wie standhaft auch euer Entschluss sei, das Werk nimmer vollbringen, nicht weil es zu schwer ist, sondern weil es zu leicht ist.« »Habe ich recht gehört?« fragte Assad mit höchster Verwunderung. »Ich begreife eure Frage,« versetzte sie. »Ihr könnt euch nicht vorstellen, dass die Leichtigkeit meiner Entzauberung sie unmöglich macht, und dennoch ist es so. Der boshafteste und verschmitzteste aller Zauberer hat mich, die Tochter eines mächtigen Sultans, in einen Rubin gebannt, weil mein Vater ihm seine Bitte um drei Tropfen meines Blutes, deren er zu irgendeinem schnöden Zweck bedurfte, zornig abschlug. Durch den jedesmaligen Besitzer des Steins kann der Zauber gebrochen werden. Er hat die Entzauberung an ein Mittel geknüpft, auf das, weil es einem jeden an jedem Ort und zu jeder Stunde zu Gebote steht, eben darum keiner verfallen wird und das ich als Geheimnis bei mir bewahren muss, wenn ich nicht für ewig begraben sein will. Ach, wie fröstelt's mich? War's denn länger als eine Minute, dass ich die Freiheit genoss? Gib mir einen Becher Wein, schöner Jüngling, denn mich dürstet, aber schnell! Von seltsamer Rührung über diese Bitte ergriffen, reichte Assad ihr mit abgewandtem Gesicht den Wein, den seine Wirtin ihm gebracht und den er in seiner Aufgeregtheit ungetrunken gelassen hatte. Freundlich dankend trank sie den Wein. Gleich darauf war sie wieder von der Wolke umflossen. Mit einem glühenden Blick auf Assad, in dem sie wie ein verlöschendes Licht noch einmal aufzuflammen schien, rief sie aus, »Oh Gott, ich möchte doch leben!« Dunkler wurde die Wolke und ringelte sich dichter und dichter um sie herum. Assad sah mit herzzerschneidendem Schmerz, wie die reizenden Formen sichtlich ineinander schmolzen und zerrannen. Noch immer glaubte er, ihr auf ihn gerichtetes Auge in dem Nebelknäuel unterscheiden zu können. Doch bald bemerkte er seinen Irrtum. Was er für ihr Auge hielt, war nichts anderes als der Rubin, der, von dem letzten Geflacker der Lampe beschienen, auf dem Tisch lag. »Ihr Leib, ihre Seele, oh!« seufzte Assad und starrte den Edelstein an. Die Lampe erlosch und die kalte Nacht drängte sich an seine Brust. Ein Jahr war verflossen. Es war ein schöner Morgen. Assad hatte sich aus der großen, geräuschvollen Stadt geflüchtet. Still und bleich saß er auf einer Bank, die weit vor dem Tore am Ufer des großen Flusses an einem einsamen Platze stand. In seiner Hand hielt er in stummer Verzweiflung den Rubin. »Das ist ein herrlicher Stein!« erscholl es auf einmal hinter ihm. Er sah sich um und erblickte einen eltlichen Mann von hoher, gebietender Gestalt mit edlen Zügen, in denen sich ein tiefer Lebensschmerz auszudrücken schien. »Ja, ein herrlicher Stein«, wiederholte Assad düster und verbarg mit den Gefühlen eines Eifersüchtigen den Rubin wieder auf seiner Brust. »Junger Mann«, sagte der Alte, »diesen Stein kaufe ich dir ab. Es soll Edelsteine geben, die den Menschen sanft und mild machen, andere, die ihm liebliche Träume bringen. Als ich den Deinigen erblickte, beschlich mich wunderbare Wehmut und das Bild einer verlorenen Tochter ging mir, als ob sie mir neu geboren würde, in der Seele auf. Überlass mir den Stein und bestimme selbst den Preis.« Assad schüttelte, ohne aufzusehen, den Kopf und erwiderte kalt und bitter, »Und wenn du mir ein Königreich zu Füßen legtest, so würde ich den Stein nicht dafür geben. Selbst ins Grab nehme ich ihn mit hinunter.« »Sklave«, rief der Alte ergrimmt, »du gibst den Stein, oder ich nehme den Kopf dazu.« Er warf brennend vor Zorn auf Assad einen durchbohrenden Blick. Assad antwortete nichts, aber er erhob sich und lächelte in verachtendem Hohn. Der Alte, kreideweiß geworden, wandte sich um und winkte mit der Hand eine stattlich gekleidete, scharpe Waffneter heran. »Zeig dem Hund da!«, rief er ihnen entgegen und deutete mit einer heftigen Bewegung auf Assad, »wie der Sultan mit denen verfährt, die ihm trotzen!« Assad zog seinen Dolch. Da fiel sein Blick auf den Sultan, der ihn scharf beobachtete. Ein spöttisches Lächeln überflog sein Gesicht. Er zog den Rubin hervor, nickte dem Sultan zu und warf, noch bevor jemand daran denken konnte, ihn zu hindern, den Stein weit von sich in den Fluss. »Durchstoßt ihn!«, rief der Sultan und riss, zitternd verwut, sein Schwert aus der Scheide. »Ich tue's selbst!«, sagte Assad und zückte den Dolch gegen die eigene Brust. Da tönte auf einmal ein leises »Ach!« Es war nur ein Laut. Assad ließ den erhobenen Arm sinken und stand, wie in ein Wunder verloren, regungslos. »Oh, Fatime!« »Tochter!« »So sehe ich dich endlich wieder!«, rief der Sultan aus und tat einen Schritt vorwärts, hielt dann aber plötzlich an, als ob er fürchtete, die teure Erscheinung möchte sich in nichts auflösen, sobald er sie zu fassen versuchte. »Vater!«, »führe mich zu meiner Mutter!«, rief die süße Stimme, die Assad in jener Mitternacht vernahm und leidenschaftlich ängstlich umschlang die Jungfrau den alten Mann. Schmerz und Freude vermischten sich in Assads Brust. Er seufzte laut auf. Da trat die Prinzessin zu ihm heran, fasste errötend seine Hand und sagte, indem sie ihn zu ihrem Vater führte, »Hier ist mein Retter!« Der Sultan blieb eine Weile stumm und ernst. Dann sprach er zu Assad, »Ich wollte dich töten.« »Ja«, erwiderte Assad, »aber noch lebe ich.« »Und du sollst leben bis ans Ende deiner Tage, versetzte der Sultan mit erhöhter Stimme. »Und wenn du mein Reich forderst, so will ich's dir zu Füßen legen.« »Ich habe nichts zu fordern,« entgegnete Assad düster und dumpf. Dann fuhr er, sich zu der Prinzessin wendend, langsam fort, wie einer, der über sich selbst ein Todesurteil ausspricht. »Ich hätte gern für dich den letzten Tropfen meines Blutes verspritzt, aber es ward mir nicht vergönnt. Ich konnte dich nicht erlösen. Ich konnte dich bloß beklagen, und das konnte jedermann. Und heute, heute war ich sogar nichtswürdig genug, den Stein, der dein Holdes selbst umschloss, in die schlammige Tiefe hinabzuschleudern, als der Mann, der, wie ich jetzt sehe, dein Vater ist, ihn von mir verlangte. »Oh, ich verachte mich selbst, und du musst mich auch verachten.« »Du tust dir Unrecht,« sagte Fatime, »denn dadurch, dass du den Rubin, den du bisher, wie alle früheren Besitzer, starrsinnig festgehalten hattest, freiwillig und aus eigenem Antriebe von dir warfst, ward meine Erlösung vollbracht.« »So bin ich denn glücklich, weil ich erbärmlich war,« versetzte Assad. Fatime schaute ihn zugleich bittend und fragend an, denn sie verstand ihn nicht mehr. Aber der Sultan trat hinzu und sagte, »Du bist von nun an mein Sohn. Tritt nicht zurück.« Ein Mann muss sich nicht schämen, das als Geschenk anzunehmen, was er, wenn's nötig wäre, dem Schicksal abtrotzen würde durch Kraft und Beharrlichkeit. Jetzt aber begleitet mich in meinen Palast, denn es ist nicht recht, dass wir uns so lange alleine freuen. Fatime hat noch eine Mutter.